hallo meine lieben heute mache ich noch mal ein follow me around für euch und ich bin jetzt gerade auf dem weg zum stall und versuche währenddessen hier nebenbei noch zu filmen und ja ich werde mein pferd heute reiten ein bisschen an der lounge freireiten können wir noch nicht und ich gucke mir gerade zwei leute ganz komisch an weil ich hier während ich mit 40 über die straße fahr gleichzeitig filme ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Tschüss.